Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Ich wollte mich wirklich nochmal ganz, ganz recht herzlich für die vielen Privatnachrichten bedanken und die YouTube-Kommentare, teilweise auch E-Mails. Ich hatte ja wirklich nur eine Frage gestellt wegen dem Video von Anna Nowak bezüglich, ja, wie ich so klinge und über die Kommentare, die mir von verschiedenen Usern gefallen waren und hatte da einfach nur um ein bisschen Feedback gebeten. Aber dass es so viel Feedback war und auch so viel positives Feedback, hat mich wirklich gerührt. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der mir geschrieben hat. So, meine Lieben, ich habe eine kleine Idee. Wir haben zwar noch nicht Weihnachten, aber wir sind auch nicht mehr so lange davon ab. Ich wollte vielleicht an Weihnachten mal eins, höchstens zwei Folgen machen, wo ich mich vielleicht mal zeige und euch die Fälle erzähle. Zwar nicht live, aber eben so aufgezeichnet, wie das manch andere YouTuber zum Beispiel auch machen. Wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare bei YouTube oder Instagram, ob ich sowas mal machen soll. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. Ich will da ja auf eure Meinung zählen, was ihr so dazu meint. Und ja, heute habe ich einen sehr brutalen Mordfall für euch, um jetzt mal gleich umzuswitchen und das Intro nicht ganz so lange zu halten. Wo ich sagen muss, vielen Dank, lieber André, ohne dich. André ist derjenige, der mir immer die Folgen schickt von Aktenzeichen XY, genauso wie auch ungeklärte Morde. Ohne ihn wäre ich auf diesen Fall, der jetzt gleich kommt, niemals aufmerksam geworden. Es ist wieder ein sehr kurzer Fall, aber ein Fall, den, glaube ich, viele von euch gar nicht kennen werden und den ich trotzdem aber gerade deswegen einmal vortragen möchte. Und damit fangen wir jetzt an. Wie ich ja gerade schon erwähnt habe, glaube ich, dass die meisten von euch diesen Fall nicht kennen werden. Ich möchte euch heute über einen sehr grausamen Mordfall erzählen, über den es auch fast gar keine Presseberichte gibt und der, glaube ich, auch niemals bei Aktenzeichen XY dargestellt wurde. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich denke aber, dass man gerade zur damaligen Zeit eventuell die Täter hätte heute fassen können. Zumindest, wenn es die Täter sind, wovon ich ausgehe, hätte man damit, glaube ich, viel erreichen können. Aber man kennt den Spruch ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Das hilft uns jetzt ja auch nicht mehr. Aber jetzt erst mal von vorne und über den eigentlichen Fall. Es geht um den ungeklärten Mordfall Ernst Finnern. Ernst war 1992 57 Jahre alt und arbeitete als Produktionshelfer in der Buchbinderei Schacht in Ahrensburg in Schleswig-Holstein. Diese Buchbinderei, die gibt es heute sogar noch. Aber gelebt hat Ernst dort nicht in Ahrensburg, sondern in Hamburg-Alsterdorf. Und zwar hat er am Gleisdreieck in einem Waldstück gewohnt. Ernst war obdachlos und niemand wusste das, außer ganz, ganz wenige Menschen scheinbar. Zwei Jahre lebte er dort schon, also seit ca. 1990. Ob er davor auch schon obdachlos war, weiß ich leider nicht. Aber nicht mal sein Arbeitgeber, bei dem er duschen konnte und immer adrett aussah, noch seine Familie und sein Kind, zu denen er auch keinen Kontakt so wirklich gepflegt hatte, die auch gar nicht wussten, wo sie ihn überhaupt erreichen konnten, wussten, dass er obdachlos war. Den Platz, den Ernst sich gesucht hat, war ein ehemaliges Kleingartengelände, also irgendwo so mitten in der Wildnis, aber trotzdem in Hamburg. Er hatte dort drei Zelte. Früher lebten dort auch noch mehr Leute, die aber weggegangen sind, deshalb wahrscheinlich die vielen Zelte, die bei Ernst aber auch eingeteilt waren. In den Schlafbereich, eins zum Kochen und eins eben noch für was anderes, vielleicht für seine Kleidung oder so. Und trotz dieses beschwerlichen Lebens fuhr Ernst jeden Tag zur Buchbinderei nach Ahrensburg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ca. eine Stunde von Hamburg-Alsterdorf weg. In der Buchbinderei Schacht ließ niemand etwas über Ernst Finan kommen. Er war nie krank, morgens immer einer der Ersten in der Firma, duschte dann dort noch, wie ich gerade ja schon sagte, und ging dann wohl zurück in sein Zeltlager. Und der Chef wurde dann irgendwann ja später, ich weiß jetzt nicht, von wann diese ungeklärte Mordefolge stammt, aber vor einigen Jahren ja schon auf Ernst angesprochen. Und er sagt bis heute, er kann sich nicht vorstellen, dass er obdachlos war, weil er eben überhaupt nicht so wirkte. Und am 15. Mai 1992 ist er dann wahrscheinlich wieder auf dem Weg nach Hause oder die Tat ist am Morgen passiert. Auch das ist leider nicht ganz klar. Das war ein Freitag, da passierte die unvorstellbar grausame Tat. An dem Freitag geht ein Spaziergänger in das Waldstück an der Feuerbergstraße, also da in der Nähe war sein Lager. Und er ging spazieren mit seinem Hund und auf dem Waldweg findet er Ernst Finan, blutüberströmt. Er war da auch schon tot. Ernst war völlig entkleidet. Die drei Zelte, die waren alle mit Messern aufgeschlitzt worden. Ich hätte euch auch mal gerne Fotos vom Tatort eingeblendet, natürlich nicht von dem Leichnam, sondern vom Tatort, damit ihr das mal gesehen hättet. Aber die Qualität des Videos ist so schlecht, dass ich euch die Fotos schlecht einstellen kann. Ich überlege aber, die Folge auf einem Portal hochzuladen. Hier bei YouTube würde die gesperrt werden. Deswegen überlege ich, die woanders hochzuladen. Vielleicht werde ich die als Kommentar nochmal nachfügen. Immer mal die Kommentarspalte beachten, wenn euch das interessiert. Das pinne ich dann extra an. Die Kripo kam natürlich dann auch und sperrte das Gelände rund um das Zeltlager ab. 30 Schutzpolizisten durchkämpften die Gegend nach Spuren ab. Und die Mordkommission ist dann auch mit einem Gerichtsmediziner am Tatort. Und was die dann feststellen, das ist, ja, einfach nur schrecklich. Ernst wurde massiv, gewaltsam traktiert und musste sehr wahrscheinlich sehr, sehr lange leiden. Wenn man das so hört, vielleicht ist er sogar einsam dort verstorben. Das ist auch eine ganz lange Wegstrecke von Spuren, die die Kripo da festgestellt hat. Frühzeitig wurde Ernst also schon verletzt und durch die Gegend gejagt, also dadurch den Wald gejagt. Vermutlich wollte er selbst auch fliehen, aber es gelang ihm leider nicht. Alles sieht auch nach einem Kampf aus, mit einem, aber wahrscheinlich mehreren Tätern. All seine Sachen waren auch durcheinander, da war einfach alles nicht mehr wie vorher, kann man sagen. Ernst hatte auch schwerste Verletzungen in seinem Gesicht erlitten. Schädelknochen wurde beim Kampf zerstört, er hat Rippenbrüche erlitten und diese Rippenbrüche haben ihm die Lunge zerstochen. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Also mir wird da ganz anders, mit welcher Brutalität da vorgegangen wurde. Das ist einfach nur schrecklich. Er hatte dann auch diverseste Schnittverletzungen, sogar an den Fußsohlen gab es Schnittverletzungen. Das erinnert mich so ein bisschen an den Mord von Heike Rimbach, da war das auch so, mit den Schnittverletzungen an den Füßen auch. Die Kripo geht davon aus, dass Ernst Finnern 30 Minuten mindestens durch den Wald von seinen Peinigern gejagt werden musste. Er litt dann noch Schläge und Tritte gegen den Kopf und an diesen ist er vermutlich dann alleine verstorben, weil die eben so gravierend waren. Seine blutige Kleidung war meterweit verteilt und man bezeichnete dies wirklich als zu Tode gequält worden seitens der Polizei. Beim Auffinden des Leichnams von Ernst Finnern hielt dieser noch seinen Gürtel von seiner Hose in der Hand. Gut möglich, dass die Täter ihn vielleicht damit zusätzlich noch traktiert haben oder er sich wenigstens damit noch wehren wollte. Selbst für die Polizei war das Bild der Gewalt etwas, was sie in dem Ausmaß selten gesehen haben. Die Polizei suchte damals auch nach Parallelen zu ähnlichen Fällen, um die Täter vielleicht zu finden, aber da tat sich wohl nichts. Auch über die Ermittlungen damals liest man leider so gut wie gar nichts, daher kann ich euch darüber leider auch nicht viel erzählen. Aber jemand muss gewusst haben, dass Ernst dort sein Lager hatte, von dem nur wirklich ja sehr, sehr wenige Menschen gewusst haben. Man spekulierte natürlich auch über den Tätertypus, ob ein Streit vielleicht eskaliert ist, vielleicht sogar unter Obdachlosen. Ernst Finnern galt wohl allerdings nicht als ein Typ, der auf Gewalt ausgewesen ist. Eine wichtige Rolle in diesem Fall könnte auch spielen, dass ein Kinder- und Jugendnotdienst in der Feuerbergstraße von Ernsts Lager nur 500 Meter entfernt gewesen ist. Ob da vielleicht das Motiv für diese grausame Tat zu suchen ist? Das wäre nämlich möglich, denn der Fall von Ernst wurde ja auch bei ungeklärtem Morde auf RTL 2 vorgestellt. Und nach der Sendung rief da ein Zuschauer an und er hatte sich kurz vor der Tat mit Ernst Finnern unterhalten. Und dieser hat ihm wohl erzählt, dass er sich von einer Bande aus dem Jugendheim an der Feuerbergstraße, also die Einrichtung, von der ich gerade sprach, bedroht gefühlt habe. Ich könnte mir ganz persönlich vorstellen, dass das vielleicht wirklich Jugendliche gewesen sein könnten, die vielleicht auch wegen Wutanfällen, wegen Gewalt oder was auch immer da gewesen sind. Und haben dann eben, wenn sie Freigang hatten, sozusagen ihre Wut an einem wehrlosen Mann ausgelassen. Ob das wirklich so ist, das weiß man natürlich bis heute nicht. Aber das ist wohl der einzige Punkt, bei dem man an diesem Mord ansetzen könnte, Jugendliche. Es mag vielleicht noch mehr Punkte geben, beziehungsweise mögliche Täter, jedoch ging dazu wenig in die Öffentlichkeit. Also ich kann darüber euch leider gar nichts sagen. Das ist so ein bisschen wie in dem Fall von Michael Straten, der ja auch obdachlos war und auf dem Friedhof enthauptet wurde. Darüber wird es auch noch eine Folge geben absehbarer Zeit. Aber bis dahin, bis heute, wollte ich sagen, ist in dem Fall ja auch noch keiner verurteilt worden oder Täter gefunden worden. Bei Obdachlosen ist das immer sehr, sehr schwer, glaube ich. Und Straten war ebenso gepflegt und als ruhig und vernünftig beschrieben worden. Und da fragt man sich dann wirklich, was haben diese Männer jemand angetan, so grausam ermordet zu werden? Ernst Finnern war damals auch recht schmächtig gebaut. Er war nur 1,65 groß als Mann und 62 Kilo schwer. Demnach war es für ihn wahrscheinlich auch sehr schwierig, gegen, ja vermutlich mehrere Täter anzukommen. Auch hat die Polizei DNA-Material sicherstellen können, das, so viel ich weiß, aber nur von einem Täter gestammt hat. Auch ist in den Presseartikeln kein Artikel darüber, ob der Fall vielleicht mittlerweile gelöst sein könnte, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe. Wenn es also wirklich eine Gruppe Jugendlicher waren, hat man wohl auch bis heute niemanden gehabt, der mal ausgesagt hat oder sich gestellt hat. Vielleicht leben diejenigen sogar heute noch in einem Milieu, was vielleicht von Gewalt geprägt ist, vielleicht sogar schon von Kindheit an. Aber auch das ist natürlich kein Grund, einen Mann zu quälen, zu ermorden und dann auch noch auf so eine Art und Weise und sich bis heute nicht gestellt zu haben. Obdachlose haben ja sowieso schon ein sehr schlechtes und schlimmes Leben und diese Leute dann auch zu traktieren, das ist für mich wirklich absolut, ich kann es gar nicht in Worte fassen, absolut schrecklich, trifft es nicht mal. Und kaum jemand wusste, wie ich ja eben schon sagte, von dem Quartier von Ernst und kaum jemand verlief sich auch dorthin. Es muss also jemand sein, der Ernst vielleicht auch täglich dorthin gehen sah, dem das ein Dorn im Auge war und die Jugendlichen können ihn ja gesehen haben, wenn sie da in der Nähe wohnten, also auf Zeit vielleicht, aber da wohnten. Aber vielleicht hatte er auch sonst persönliche Probleme mit jemandem und das wurde ihm zu Verhängnis, aber auch darüber ist nichts bekannt. Auch wenn ich euch nicht so viel zu diesem Fall sagen kann, gerade auch das, was vielleicht wichtig wäre, Ermittlungsarbeit, mögliche andere Leute, die in Frage kommen für diesen Mord, wollte ich euch den, wie ich glaube ich anfangs schon sagte, trotzdem einmal vorstellen, denn der Fall ist so unbekannt und unglaublich brutal gewesen und das darf man nie vergessen, finde ich. Gerade auch in einem Obdachlosen hat das für mich noch mal ein ganz anderes Gewicht. Und auch Ernst, Finanz, Fall so eben, wie ich gerade sagte, nicht in Vergessenheit geraten werden. Vielleicht googeln mögliche Täter den Fall ja ab und an mal und da steht sowieso fast gar nichts. Und sie sollen halt wissen, dass Ernst nicht vergessen ist, dass dieser Mord an ihm nicht vergessen ist. Und auch wenn ihn sonst niemand vielleicht großartig vermisste, er war eben ein Teil dieser Welt, egal ob er auf der Straße lebte und niemand hat eben das Recht, einem Menschen sowas anzutun. Und wenn ich mir vielleicht auch vorstelle, wie einsam dieser Mann gewesen ist, dann werde ich leicht sentimental, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wenn man wirklich auf der Straße lebt, nichts hat, zwar trotzdem noch arbeiten geht und sich vielleicht aufrafft, man aber wirklich kaum Freunde vielleicht hatte und dann passiert einem sowas. Das ist schon wirklich, wirklich übel und ohne Worte. Ja, auch wenn ich nicht wirklich glaube, jemals einen Fall durch meine Folgen lösen zu können, Täter googeln ja aber die Fälle, wie ich gerade schon sagte, und vielleicht rüttelt das ja mal jemanden auf. Und wenn es nur ein Mitwisser ist, der am Ende auch hilfreich sein könnte, vielleicht sind die Täter heute verheiratet und haben sich irgendwann ihrer Frau anvertraut, weil sie es einfach nicht mehr mit sich selbst ausmachen konnten. Aber die Frau sagt eben auch nichts. Vielleicht bringt so eine Folge mal was, jemanden wach zu rütteln. Das wäre nun meine stille, kleine, leise Hoffnung. Aber man weiß ja nie. Nun habe ich als Abschluss dieser kleinen Folge natürlich wie immer an euch noch Fragen. Das mache ich ja fast immer so. Was ihr meint, was für ein Täter oder welche Täter für den Mord an Ernst Finnern verantwortlich sein könnten. Und ob ihr von diesem Fall jemals schon mal gehört habt, das würde mich wirklich interessieren. Ich weiß, einige von euch haben früher auch ungeklärte Morde geguckt. Vielleicht erinnert sich ja trotzdem jemand an den Fall, aber ich glaube trotzdem, er ist relativ unbekannt. Diesmal wird dieser, wenn überhaupt auch, denke ich mal, damals zu Anfang der 90er, sonst nur in Zeitungen gestanden haben, vielleicht im Fernsehen gezeigt worden seien. Außer eben bei ungeklärten Morde. Aber darüber weiß ich jetzt leider nichts. Ja, ihr Lieben, hiermit mache ich nur noch für heute Schluss mit dieser traurigen und kurzen Folge. Wobei ich gerade über 15 Minuten drauf habe. Da gab es schon deutlich kürzere Folgen. Aber wie gesagt, der Fall Ernst Finnern hat mich sehr mitgenommen. Nochmal vielen lieben Dank an André, dass du mich auf den Fall aufmerksam gemacht hast. Weil der war so brutal. Den darf man auf keinen Fall vergessen. Und ich hoffe, dass man vielleicht darüber doch irgendwann nochmal was in den Medien hört. Bis dahin, bis zu einer nächsten Folge. Eure Lia.